hey und wieder aber ich lebe noch mein propeller ist zerstört motor ausgefallen das ist scheiße ne vielleicht kann man dann noch irgendwie damit mitnehmen damit stehlen critical hit flugzeug zerstört schön kann ich jetzt lol hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde war thunder wir spielen die karte ich habe es gar nicht gesehen wir spielen bodenangriff auf seite ja 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 bombe habe ich immer noch kein weil habe ich noch nicht freigeschalten und jura gucken wir uns mal an wie das ganze aussieht sieht ein bisschen seite island wo ist das hier in kino das sieht schön aus o ist das schön sehr schön wow sieht ein bisschen aus wie wake island aus battlefield oder wie haben die den rauch habe ich auch rauch nee ich habe keine ahnung mein gott so gut insgesamt die dritte folge mit der deutschen luftwaffe wir haben noch nicht viel bewegt eigentlich immer mehr so mittelmäßige runden weil wir immer ziemlich schnell drauf gegangen sind mit unseren fliegern wir haben noch die ganz die startflugzeuge eigentlich muss man auch so sagen die starter flugzeuge haben wir eigentlich und wir werden halt gucken dann der beste draus machen die mgs sind halt noch nicht so geil aber gut da kann es schon mal passieren hier kritisch wo ist er denn jetzt hier wo ist er denn jetzt hin hier hallo ja moin ich krieg auch aufs maul hier auch schon mal gut eingedeckt da unten ist er jetzt hier so ich bin schneller als der ne ich bin schneller als der lol wir haben uns tatsächlich berührt wir sind jetzt einfach eingehakt ineinander ja toll was willst du da sagen ne halt blöd gelaufen jetzt halt wirklich b17 bombe haben wir da rechts jpa da was haben wir hier noch wo der do 17 do 17 sprain sie alle rum wie die wahnsinnigen hier wenn sie unsere lasst doch unsere boote in ruhe jp 8a die werden wir jetzt hier vielleicht angesiedeln die ist ein bisschen näher ich weiß noch nicht so ganz was da passiert was passiert hier fragt sie sich was macht er hier soll das hey und wieder aber ich lebe noch mein propeller ist zerstört motor ausgefallen das ist scheiße ne vielleicht kann man da noch irgendwie der mensch mitnehmen der mensch stehlen critical hit flugzeug zerstört schön ja jetzt wird es halt eher schwierig behaupte ich war jetzt müssen wir uns irgendwo hin retten und vielleicht irgendwie ein bisschen irgendwo landen also es hat halt einfach komplett ja gut fahrwerk ist auch nicht mehr ganz so da lande fahrwerk meine propeller sind auch kript gegangen einfach nur weil wir uns irgendwie wissen verhakt haben aber jetzt auch gar nicht großartig bestreiten da kommt die katalina lang geflogen gut die kann ich eh nicht bekämpfen denn da hinten kann ich da vielleicht noch ein bisschen bisschen was drauf haben jetzt lassen mich auch alle schönen ruhe das ist toll weil ich ja auch keine gefahr mehr darstelle ich bin ja hier komplett broke mein gott so ja wo landen wir jetzt hier schön am beach irgendwo hier schön gemütlich ja geil soll einfach mal motorflöte gegangen so und gott das wird halt so hart knallen ich bin zu schnell oder 100 km oje lol ja was soll ich jetzt hier machen höhe sieben meter ja notlandung ja ist halt tatsächlich so passiert weil der flieger denn lol wer schießt jetzt aber ich bin eh schon tot ach die boote da hinten sind getriggert von mir ja moin gut ja schade ich dachte wirklich wir hätten da irgendwie noch eine möglichkeit erleben irgendwie durchzukommen aber nee so aber die sind da unten für eine polonaise einfach nur panzerwagen polonaise hier mein gott ja auch lohnenswert oder sollen wir das mal checken hier und p 26 2 p 26 die ist näher und die greift mein mate an dann werden wir die mal beglücken so gut es uns halt möglich ist irgendwann auch action die sagen so p 26 b ein bisschen vorhalten wo man hin müssen treffer 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 sonst smoke da hat es wieder geknallt jetzt sind waffe gekämpft das ist auch nice aber ich habe richtig bock auf die waffe die waffe lol jawoll danke dafür pre reingekackt einfach mal hinter uns ist keiner vor uns auch keiner vor uns kommt aber anders hat das wird hätte hätte ich muss hier weg oh jetzt habe ich gar keinen bock mal zeigen euch auch ganz ehrlich nee 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 die bodenziele liebe werden das wird so schmecken einfach nur aber bis er sich da drüben bin kommt er schon wieder von muss einfach schnell sein ich muss einfach schnell sein stell sein und ganz suspicious da durchziehen die panzerwägelchen da hinten die hätte ich gerne also die würden glaube ich schmecken oder panzerwagen hier die panzerwagen alter 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 okay 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 hab's gecheckt ja jetzt wollen die mich alle ne gott und die panzerwagen ballern natürlich auch noch auf mich drauf hier ich treffe ihn halt auch nicht mein gott hoho oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh lenkt doch baum oh gott Meine Mates, oh Gott, da kommt noch was auf mich zu, aber von vorne. Ich flieg halt auch rum hier wie so ein Spacki. Hier noch irgendwie rausrollen, hier vielleicht so ein bisschen. Sprittleck, ja toll, dann gehen wir gleich wieder. Oh Gott, nicht schon wieder hier. Den legt mich down, Alter. Okay, Bodenziele kannst du halt mit den Jägern einfach vergessen. Mein Gott. Ja. Pilot ausgeschalten, danke dafür. Schön, könnte ich jetzt, lol. Hä? Ja, wenn es mal wieder so gar nicht ein Tag ist, ne? Mal wirklich sagen, lol. Alles mit ihm hier? Ei, 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 ei. Was ist das denn für dickes Teil? Ein Bomber, oder? Ein Bomber. Oh, hier. Hat aber auch Troubles, hier sehe ich gerade hier. Ei, 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 ei. Ach, du grüne Neune. Ja, das sieht aber schlecht aus, hier. Boom. Was ist das hier? Wasserflugzeug? Loll. Wasserflugzeug mit einem Heckschützen dran, oder was? Moin. Moin. Sieht interessant aus. Ist er Bomber? Nee. Okay, ziemlich wild. Okay. Ja, gut. Machen wir was. Hält schon wieder richtig knappe Runde. Ei, 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 ei. Anders knapp. Aber ich glaube, wir gewinnen wieder. Hehe. Hey. SB2U2 da unterhalb. Was ist da noch? Eine F2A ist auch noch da am Start. Und unser Pre hier, Radomas, fliegt in Richtung... Oh, jetzt wird es aber ganz knapp da oben. Der Balken, da ist jetzt nicht mehr viel drauf. Ich würde fast sagen, es ist derzeit Gleichstand, möglicherweise. Gleichstand. Oh, die TBF kommt. Oh, die I5 ist auch da. Ist jetzt vorbei. Es ist vorbei, oder? Ah, wir haben verloren auch noch, Mann. Haha, shit. Ach, kacke, Mann. Ja, gucken wir uns noch an, was wir hier gerissen haben. Ich glaube, es war auch nicht so geil, was wir da jetzt wieder gemacht haben. Elfter. Wow. Richtig amazing. Einfach nur krass. Wow. Marine-Retter. Ja. Toll. Schön. Ja. Das war es mit der Runde im Warfander. Ich sage mir immer, danke fürs Dabeisein. Macht's sich gut, macht's besser. Ab zur NK. Tschüss. Tschüss. Nee. Das war es mit der anderen Seite. Und das war es mit der anderen Seite. Ja. Ich sage mir einfach, m